Und dann werden wir weitersehen. Herr Höcke, lassen Sie mich ganz kurz. Bislang will mit Ihnen, Herr Höcke, von der AfD ja noch niemand koalieren. Glauben Sie, dass Sie Herrn Mohring und die CDU doch noch rumbekommen? Also erstmal haben wir eine klare Zielsetzung für die Wahlen am 27.10. Wir wollen Rot-Rot-Grün beenden in Thüringen. Wir wollen eine bürgerlich-patriotische Politik in Thüringen beginnen. Und wir wollen als Sperrregel gegen Ideologie und Hysterie hier in der politischen Landschaft liegen. Gegen die AfD darf nach dem 27.10. keine Politik mehr möglich sein in Thüringen. Das ist unser Ansatz. Und alles andere muss der Thüringer Wähler entscheiden. Nach dem 27.10. sind wir schlauer, wenn der souverän gesprochen hat. Danke.